Master Wayne? Wärmekamera zeigt mir zwei Dutzend Gegner im dritten Stock. Wie wär's, wenn ich sie im zweiten absetze? Ich werde langsam auf meine alten Tage, Alfred. Sogar Sie sind zu alt geworden, um jung zu sterben. Nicht, dass es an Gelegenheiten gemangelt hätte. Er hat die Macht, die gesamte Menschheit auszulöschen. Wenn wir glauben, es bestünde auch nur die geringste Möglichkeit, dass er unser Feind ist, müssen wir das als absolute Gewissheit sehen. Der größte Gladiatorenkampf der Weltgeschichte. Gott gegen Mensch. Tag gegen Nacht. Sie sind geisteskrank. Ein dreisilbiges Wort für jede Idee, die zu groß ist für einen kleinen Verstand. Ich kannte ein paar Frauen wie Sie. Ich denke, Sie kannten noch nie eine Frau wie mich. Kennen Sie die älteste Lüge Amerikas? Macht könne unschuldig sein. Sie lassen sich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.